Ein herzliches Konzept von Heydayderby. Wir blicken auf den Derby zurück und gucken das Ergebnis der einzelnen Gemeinschaften an. Wir fangen mit der dritten Gemeinschaft, wie eigentlich immer. Normales Derby war am Start und das nächste ist auch wieder ein normales Derby. Also ziemlich unspektakulär, aber trotzdem nie ohne Konkurrenz. Dritte ist Zweiter geworden, nicht schlecht. Gutes Ergebnis. Hier gucken wir mal die Einzelgebnisse an. Zweiter Platz, Laufenten, 280 genauso wie Zocker André, Niklas, Tim 4, Mähfarm. Mähfarm, so. Zoe, sonst werde ich wieder korrigiert hier. Anton, Edus Biofarm hat 53, 58. Expressduo 100, irgendwas. Was ist das für ein Zeichen? China-Tor? 3-2. Adi auch, 3-2 genauso wie Jinin, ich und Sanyo, Sonja, Nita und die Mu-Farm. Ja, gutes Derby, zweiter Platz, richtig gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Okay, Spendenliste. Wer Spendenkönigin oder Spendenkönig der Woche von der... Dritten Gemeinschaft hier. Immer ein ganz wichtiger Titel. Der muss immer vergeben werden. Sonst kann der Berücksicht nicht so beendet werden. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein Titel, der geht nicht ohne. Und es sieht sehr nach Express aus hier. Obwohl, ich kenne Express immer nur noch als der Antilope. Ja, aber Express hier. Ich glaube, wozu Spendenkönigin der Woche von der Dritten auf, zur Zweiten. Da sind wir bei der Zweiten und wir sehen den dritten Platz mit 27.200 Punkten. Nice, ey. Auch ein Pokal, das ist doch sehr gut. Und die ersten beiden haben sogar Max Derby gemacht. Das heißt, sie sind kurz dahinter gelandet. Also richtig gut hier von der Zweiten. Gucken wir uns mal die Einsergebnisse an. Da sehen wir Hackies 2.80 genauso wie Annika, Tim, Michelle, Happy Farmer, Emil hat 3.2 genauso wie Lena, Farm von Ohmandy und die Marie. Ja, sehr gutes Derby. Gucken wir uns mal die Spendenliste an. Wer Spendenkönig oder Spendenkönigin der Woche von der Zweiten, das wollen wir hier rausfinden. Sieht sehr nach Ohmandy aus. Habe ich gerade einen Tee dran gemacht? Ne, das ist falsch. Aus. Ohne Tee. Ja, oh man, die Glückwunsche Spendenkönigin der Woche von der Zweiten auf zur Ersten. Da sind wir bei der Ersten und wir sehen den ersten Platz. Max Derby, genau punktlich mit dem Zweiten, aber wir waren schneller. Richtig gut. Dritte, Zweiter, Zweite, Dritter und Erste, Erster. Also ein bisschen vertauscht, aber ja, sehr gute Derbys hier von allen. Gucken wir uns mal die Einsergebnisse an. Da sehen wir Snowy, 3-2 genauso wie Marta Fall, Baxwell-Ings, Beauty Farm, David, Springfield, Tobi, Dennis, Puber, Sanyo, Fabian und Maui. Richtig gutes Derby. Nice, ey. Erster Platz. Auf zur Spendenliste. Ja, wir sind hier immer fleißig am Sprengen, aber so muss das, ne? Oh, wir können spenden. Machen wir hier mal. Ich bin gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich werde niemals Spendenkönig. Ich verpasse das immer, wenn die Spenden sind, aber ihr seht das ja auch in den Livestreams und so. Also die sind immer so schnell voll, die Anfragen, so schnell. Ja gut, ich könnte auch einfach mal häufiger so zwischendurch da reingucken, hier in dieses Spenden-Ding, aber allgemein ist das echt immer so schnell voll, dass man da kaum eine Chance hat, oben bei zu sein. Ich glaube, ich muss es mir eingestellt, dass ich niemals Spendenkönig werde, aber ich werde nicht aufgeben. Never give up. Sanyo ist Spendenkönigin, ne? Was ist denn da los? Sanyo? Glückwunsch zur Spendenkönigin, aber auch von der ersten. Das ist ja mal hier ein seltener Sieg. Ja, nice. Glücksrad. Wir haben alle drauf gewartet und wir wissen, es darf nicht fehlen. Es gibt Klorollen. Ich bin echt ein begeisterter Klorollenjäger. Also im falschen Kontext kann ich das komisch anhören. Und boah, wir haben sogar gelber gepaart mit dem Glücksrad. Was? Jau. Also ich habe noch nie ein Kuscheltier mit dem Glücksrad. Kuscheltier. Ich habe noch nie ein Reservat hier. Mit dem Glücksrad freigeschaltet. Was? Also heute ist der Glückssäger aber ganz schön richtig. Der Pechpilz ist weg. Wo ist der? Der ist in der Sahara. Ich darf nur nicht zu oft drehen, weil sonst kommt er wieder. Sahara ist auch nicht so weit weg. Wisst ihr? Sahara Regen. Sahara Sand. Und deswegen dürfen wir nicht zu oft drehen. Aber jetzt hat mich die Sucht gepackt. Jetzt müssen wir hier. Oh ne, jetzt kommt wieder die Scheiß hier. Das machen die extra. Ich hätte aufhören sollen nach dem Puzzleteil. Wir haben den gelben Gepard freigeschaltet. Leute, schreibt Namensvorschläge in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Dann holen wir den nochmal ab. Reicht denn? Ich habe eh kein Glück mehr. Scheiß Glücksrad, Mann. Ich habe nur Pech. Den gelben Gepard. Sehr schön. Gepard noch. Da habe ich gar keinen Platz mehr für. Da habe ich gar keinen Platz für. Ah, hier noch. Alles hier auf einem Fleck. Ich muss das hier auch mal umbauen. Mach ich noch. Da kommt der angeflogen, hier der Halunke. Braucht aber lange, oder? Das ist ja länger in der Luft als ich im Bett. Also schlafen, meine ich. Direkt füttern. Und ja, das ist der Gepard. Schreibt mal Namensvorschläge in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und damit war es das für Derby-Rückblick. Bedankt mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen ist, gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und checkt auf jeden Fall mal hier die Angebote aus. Weil heute ist bei mir zum Beispiel ein gutes da. Hier die. Könnt ihr euch natürlich holen. Die Ramadan-Angebote. Und hier das mit den Schüben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also die Diamanten könnt ihr trotzdem besser investieren. Aber wenn ihr euch mal so ein Angebot holt. Das ist hier mit dem XP-Schule. Der XP-Schule ist gut. Die anderen beiden sind scheiße. Aber sonst ganz gut. Creator-Code nicht vergessen. Deswegen bin ich hier. So, um HB genauso wie auf YouTube. Einfach eingeben. Unterstützt mich. Alle sieben Tage. Neu. Ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Und ciao. Schaui. 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 Vielen Dank.